Ich bin Berliner, ich bin Preuß, ich bin exakt, ich bin sehr pedantisch. Bei mir geht es immer darum, alles muss perfekt sein, jedes Detail muss stimmen. Trotzdem kommt dann auch die andere Seite in mir durch, Freude und Spaß. Ich liebe Farben, ich liebe Kunst. In der Küche geht es aber wirklich immer darum, Fokus, das Richtige, zum richtigen Zeitpunkt perfekt machen. Ich bin Tim Raue und habe ein Zwei-Sterne-Restaurant mit 19 Punkten in Berlin. Und hier im Kulm Hotel haben wir das Decay bei Tim Raue. Wir versuchen die Gerichte aus Berlin hierher zu transportieren. Es ist eine Mischung aus japanischem Purismus, thailändischer Aromenwelt, also süße, säure, schärfe und kantonesisch-chinesischer Kochtechnik. Bis jetzt ist es immer noch so, dass die Menschen mich fragen, warum hat ein kleiner, fetter, weißer aus Berlin angefangen, asiatisch zu kochen? Ich bin dort oft zu Besuch gewesen und diese Aromenwelt hat mich einfach so begeistert, dass ich den Weg gegangen bin. Ich hatte dort die erste Wasabi-Garnele. Ich hatte einen hinreißenden, gedämpften, knusprig-füdierten Kabeljau und einer süß-sauren Soße und einem thailändischen Mangosalat. Und ich habe in dem Moment die Augen geschlossen, habe das gegessen, habe es noch ein zweites Mal gegessen, ein drittes Mal. Und dann wusste ich, dass ich meine Küche ändern muss, weil mir klar war, ich bin am Herz und am Gaumen einfach Asiate. Für mich heißt Essen Spaß haben. Ich versuche auf jedem Teller süße, säure, schärfe, knusprig, warm, kalt zusammenzubringen, dass es eine Achterbahnfahrt am Gaumen ist. Kochen ist für mich einfach Freude. Es ist etwas sehr Soziales. Ich kann anderen Menschen eine Freude machen. Und was könnte schöner sein im Leben? Ich würde mich freuen, wenn Sie ins The Cay bei Tim Raue hier im Kulm Hotel kommen, um unsere asiatische Küche kennenzulernen, dass Sie den Wasabi-Kaisergranat essen und diese Achterbahnfahrt von Temperaturen und Texturen am Gaumen haben. Das ist so, als würden Sie im Schusspfad runterfahren und direkt am Tisch landen und alle Aromen und die Welt von Tim Raue, die kulinarische Welt, wartet auf Sie.